Juhu! Der Letzte! Ja, nice. Na, ist noch einer jetzt? Oh, jetzt hab ich mir mal extra Kampfgewerfe legendär gemacht. Ich glaub, was sonst braucht man Gegner. Nee, ich hab aber vorhin hier einen gesehen. Wenn sie es geweckt markieren will ich wenigstens ein Kill damit machen. Das ist jetzt ganz die Voltage. Es ist eh nur noch einer. Ja, hab ich doch gesagt. Das ist gar nicht so realisiert. Oh, jetzt wärs gleich, hätte ich jemanden stumm machen gehabt. Hab ich. Aber ich seh nur zwei Tieren. Können wir hier andere Insel abchecken. Ja, ich hab dir hier einfach das Kopfgeld. Mal gucken wo er ist. Hm, hm. Was kann ich? Ich kann die Tafel nicht abziehen. Ja, ich kann die Tafel nicht abziehen. Ja, ich soll. So, kannst du die Tafel unten abziehen? Was kann ich? Die Tafel? Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ja. Ich kann die Tafel nicht abziehen. Ja. Ja, der ist irgendwo hier hinten. Ein Sau sehr. Ja. Ich kann da Kevin hin töten. Dann kann er einmal mit seiner Golden Scar schließen. Ich seh ihn. Genau. Der ist da hinten. Dann kann Kevin einmal mit seiner Golden Scar schließen. Nee, der ist goldene Militärgewehr. Ja, Militärgewehr. Oh, nicht töten. Ja, der ist da. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Ja, aber ich kann nicht rennen. Der ist hier mit mir auf dieser Eisscholle. Ja, ich komm. Du triffst nicht, 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 du triffst nicht. Kannst du voll durchziehen mit der Golden. Mhm. Die verzieht ja keinen Millimeter. Nö. Die ist ja auch echt krass stark. Ja, ich finde die echt gut. Warte, ich lass mal kurz von dem Kumpel den Sohn rein. Jo, Ben, was geht? Hallo. 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 Ich will mich beleidigen. Hier ist einer live. Also. Wer ist live? Ich bin live. MC Rossi. Rossi? Ich weiß. Ich weiß nicht, wer am Treff ist. Na Mensch, kannst du Ghetto Mai wiederholen? Ja, ich kann's versuchen, aber wir sind halt noch Gegner. Warum? Ja, du bist da nicht da hinten dran. Na, ich hab Saftkanon, ich hab Saftkanon. Na, ist gut. Das ist mein Kollege. Das ist mein Kollege. Das ist mein Kollege. Das ist mein Kollege. Oder, keine Ahnung. Fake-Monter. Genau, Fake-Monter. Ganz einfach. Oh ne, 500 Ticks. Ja, kein Bock. Ben weiß doch, ob dein Vater vielleicht auch noch online kommt. Später oder so. Der ist doch online. Echt? Ja. Schön. Hab einen. Ein Mensch, ich kann den nicht. Ja. Ja. Wegen einer Pick-Ax. Ein Mensch, ich weiß nicht, wie er trinkt. Ein Mensch, ich weiß nicht, wie ich zurückrufen kann. Aber auch jetzt, guck ich jetzt. Oh, und die siehst. Der epischen Sieg? Jawohl, ja. Jawohl, ja. Oh, ich mach bereit. Wollt ihr hier ist, wie fliegt die Luft? Nein, wir müssen lobby, wir sind zu viert. Ach so. Ja, aber ich. Lukas, eine lebende Legende. Ich hab nicht mehr viel, Lukas, ne? Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Fah. Ey, bei mir steht alles auf chinesisch. Was hab ich denn jetzt gemacht? Ey, Marc, ich schwör, bei mir steht alles auf chinesisch. nur machte die karte hat mich meine eier Prokürtel Niederländen im Leben gibt es wohl nicht wer auch schon von Polen achten Schadeprofonen die hier nicht mehr durch ein bisschen vorliegen so Was? Warte mal. Ja, blöden. Ich hab alles wieder auf Deutsch. Oh mein Gott, ich bin grad fast gestorben. Alter, ich so, was hab ich denn jetzt für eine Scheiße gemacht? Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Dann gehen wir vor. durch das kassi die war der kenne im haus Enrico auch wenn er nicht hier ist wo macht er trotzdem mehr es geht jetzt doch ich hab mir geschrieben im Bau die er muss aber auch was den auch blockiert ja nicht sein noch nicht noch mann der märkte und markt noch die Leute noch leben das haben wir die ganz und gemacht ein Kiel Tja, ich hab gar kein Kill. Und da kommt Sarah mit Schmutz. Denn Sarah ist die Queen of Fortnite. Ich sag's dir, wenn die das jetzt noch holt, ne? Ich stell dir mal vor... Dann sterben wir jede Runde vom Gratissieg. Ich stell dir mal vor, Sarah hätte mit Enrico Tilted Towers am Anfang der Woche gespielt, wo er so große Klappe hatte. Ey, der hätte es so aufs Maul gekriegt, der hätte seine Konsole 20 mal gegen die Wand geschmissen. Zack, dann ist noch einer. Die haben gar keine Chance. Der hat noch nicht mal getroffen. Nö. Und jetzt kriegt Sarah einen Headshot. BAM! Das wäre jetzt böse. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen. Ja, wo ist er? Leid hinter dem... Bäumen! Da ist er! Rechts, rechts, rechts! Ach, der hat gar keine Chance! Ich seh, Sarah geht in eine Pick-Age rein. Okay, Crack schießen. Okay, jetzt ist er a one. Ja, da rags voll drauf! Ach, der Scheiße! Ja, klar, sie muss auf mein Xbox-Profil gehen. Auf das Xbox-Profil muss sie gehen. Dann bei Freunden. Und dann halt. Und dann steht ganz unten los. Hinzufügen! Äh, ähm. Wir haben persönliche Zufügen hinzufügen. Ja, es geht! Ich hör ihn! Ja, es geht! Ich wusste es, ich bin der Große. Hey, 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 hey. Du bist Albert Einstein geworden. Ja, es geht nicht. Ich bin Albert Einstein geworden, Maman, Ahoi. Hey, 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 hey. Und alles Gute nach dem Geburtstag. Das zweite Mal. Boah, jetzt kann ich endlich hören. Ja, einer noch. Ich hab's dir zum zweiten Mal gesagt. Egal. Ja, weil ich hab's schon einmal gehört. Boah, ich wäre so gestaut geworden. Ausnahmsweise. Ich hab aus Versehen mal in Technik aufgepasst. Ja. Digga, ich hab total vergessen, dass ich Deutsch-Haus-Aufgaben hab. Ich hab nichts mehr zu sagen. Ach, lass es, ich hab Kunst-Haus-Aufgaben-Opsel- Irgendwas über einen Künstler googeln. Aber ich hör euch jetzt nicht. Ja, ich soll irgendwas über einen Künstler googeln. Zum Beispiel Name Alter und sowas. Aber ich hab komplett vergessen, welchen Künstler ich hatte. Ich hab den Zettel verloren. Ich hatte irgendwas mit Mikkel oder so. Mikkelangelo oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mikkelangelo ist doch ein Künstler aus der Resistenz. Ich sag einfach, mein Hund hat den Zettel gefressen. Ich hab Katzen. Ich muss mal gucken. Das müsste der Mikkelangelo sein, von dem der Mikkelangelo Turtle seinen Namen ist. Ich weiß ja nicht wenig hart. Und das ist das größere Problem. Dann mach ich über Peter Gertrud Friedrich den Fünfzigsten. Kann man auch machen. Peter Gertrud der Fünfzigste? Vor allem, welche Mutter nennt ihr Kind Peter Gertrud? Wir haben eine Mutter, die ihr Kind nicht liebt. Ich glaub, jede Mutter, jedes Kind mit nem Kacknamen liebt. Hä, was darf ich? Ich halt einfach meine Schnabel. Und jetzt schickt Lukas mir noch nen Snap. Mal ein Kinds. Marc fällt grad wegen den letzten, alleine, ne? Ja, ich bin gerade in der Nähe. Ich kann nur nicht spenden. Oh, ich hab tatsächlich was getroffen. Ich hab tatsächlich was getroffen. Schön. Grüßle. Grüßle. Ich veraime, ich veraime. Ich kenn, man kennst, man kennst. Marc hat den Goal, ist Legende. Ja, sieht's aus. Ich mag die mythische Legende. Oh, ich vergesse das niemals. Mm ты, das sieht aus. Oh, ich An São Paulo hieroriginal. Ja, wir sind noch so Dos. Mist.